Musik Ja, das ist die optimale Location für verschiedene Veranstaltungen. Ob ihr jetzt mit Familien mal hier wollt, so einen privaten Familienausflug machen wollt, gemeinsam ein Bild machen möchtet, ob ihr mit der Firma kommt, ob ihr von einer Einrichtung seid, eine Gesundheitspräsentation, eine Weiterbildung machen möchtet, einen Flipchart-Kurs, ob ihr einfach nur unter Freunden einen gemütlichen Tag verbringen wollt. Hier habt ihr die geeigneten Möglichkeiten, euch zurückzuziehen, euch zu erholen, euch zu entspannen. Das kommt nämlich ganz nebenbei. Hier könnte man auch noch was Nettes drunter schweifen, wenn man das tiefer einrahmt. Oder hier war grafisch einrahmt. Oder schwarz drauf. Oder schwarz drauf. Vielen Dank für deinen Mut. Und wie gesagt, dann haben wir ja das Bild gesehen mit dem Füßdruck. Wir bieten hier ganz viele kreative Workshops an, dass jeder das ausprobieren kann, was er möchte. Ihr seht hier eine Vielfalt von Zubehör, von Pinseln, von Spakteln, so dass jeder sein Werkzeug findet und auch sein Bild malen kann. Das ist mir ganz wichtig, dass jeder seinen Malstil auch entwickelt und ich ihn da abhole, wo er steht. Wir können hier traumhafte Seminare anbieten mit Yoga, mit Klangmassage, mit Klangschalen, mit schöner Musik, mit Meditation und einfach malen, träumen und gucken, was dabei passiert. Ja, nehmt euch einfach diese Zeit, diese Auszeite. Zeit ist das Wichtigste. Zeit für eine Pause. Zeit, mal diese Ruhe zu genießen. Und ihr werdet sehen, wie gut das tut und wie nachhaltig das vor allen Dingen ist. Denn das ist das Wichtigste überhaupt, sich selbst wichtig zu nehmen und sich selbst diese Auszeit auch zuzutrauen. Ja, und dazu kann ich euch nur ermutigen und ich hoffe, dass die Bilder, die Fotos euch so inspirieren, dass ihr gar nicht anders könnt, als euch bei mir anzumelden. Hier kann man jetzt auch noch wieder was reinschreiben. Schöne Sprüche, Zitate zum Beispiel. Ich fand das auch total schön hier. Das finde ich richtig klasse. Das sieht aus wie so ein Logo oder... Ja, wir haben. Und das... Ja, wir haben. Vielen Dank.